50 lustige Ortsnamen in Bayern. Los geht's, Antwort, Bethlehem, Busendorf, Deppenhausen, Elend, Feucht, Fickenhof, Friedhoföd, Frühling, Galgen, Großdingharting, Hölle, Katzenhirn, Kissing, Knochenmühle, Kotzendorf, Kotzheim, Krötennest, Kummertal, Lachen, Leichendorf, Leiden, Mordberg, Narrenstetten, Nazibühl, Oberkotzau, Ort, Petting, Poppendorf, Prügeln, Puftal, Pups, Rotzendorf, Sack, Sandberg, Schabernack, Schlaffen, Schlecht, Schnattern, Siechen, Spalt, Streit, Tittenkofen, Totenweiß, Tundenhausen, Walking, Wichsenstein, Wüstensaal, Übersee, Umweg, Ursula Poppenricht, Weibersbrunn, Wonneberg, Würgau. Ja, es gibt diese Ortsnamen, wirklich. Wir haben uns diese nicht ausgedacht. Viele dieser Orte sind heute meistens Teil einer Gemeinde oder ein Stadtteil. Wir haben gleich vier verschiedene Poppendorf gefunden. Eins in der Gemeinde Heroldsbach. Ein weiteres in der Marktgemeinde Pretzfeld. Ein drittes in Ahorntal. Und ein viertes in der Marktgemeinde Rattelsdorf. Auch der Ort Nazibühl ist real. Er hat aber nichts mit dem Dritten Reich zu tun, sondern soll sich vom Wort Nazerbühl ableiten. Nazer wiederum soll sich von Ignaz ableiten. Bühl ist ein alter Ausdruck für einen Hügel. Wer es besonders Meter mag, zieht in den Ort Ort. Ort ist ein Ortsteil der Stadt Freyung. Diese zwei Sätze enthielten den Ausdruck Ort gleich viermal. Die Antwort findet man in Bayern auch. Antwort gehört zu Bad Endorf. Einmal nach Übersee schafft man es in Bayern auch. Übersee ist eine Gemeinde im Landkreis Traunstein. Finale und Feedback. An die drei Leute, die das Video bis hier hingeguckt haben. Vielen Dank für eure Ausdauer. Verratet ihr uns jetzt eure Meinung? Wie hat euch das Video gefallen? Welche Ortsnamen fandet ihr lustig? Kennt ihr noch weitere lustige Ortsnamen? Bitte lasst auch einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt.